Zugeschaltet ist uns der deutsch-russische Schriftsteller Wladimir Kaminer. Wir beide grüßen Sie herzlich. Ich grüße Sie auch. Guten Abend. Herr Kaminer, aus Sicht von Wladimir Putin sieht das derzeit gar nicht so schlecht aus. Er zeigt sich siegessicher. In der Ukraine läuft seine Offensive. Die russische Wirtschaft wächst trotz aller Unkenrufe und die Opposition hat da faktisch ausgeschaltet. Wie sehen Sie denn seine Aussichten für die nächsten sechs Jahre? Ich sehe nicht, dass da was Großartiges läuft. Also wenn wir auf die Karte schauen, stehen die Russen im Großen und Ganzen noch immer da, wo sie auch vor Monaten, wenn nicht vor Jahren, gestanden sind. Das ist alles natürlich ein großes Unglück. Zum fünften Mal ist dieser Mann zum Präsidenten geworden. Wer hätte das gedacht, dass so etwas passiert? Wir müssen jetzt weiter und ständig die Pampers wechseln wegen einer permanenten Drohung mit nuklearen Waffen. Europa hat keine klare gemeinsame Antwort auf diese Bedrohung. Das ist äußerst unangenehm. Unsere einzige Hoffnung ist, dass dieser Wachstum der russischen Wirtschaft und die angeblichen Erfolge der russischen Armee zum großen Teil Propagandageschichten sind. Ich glaube nicht, dass Russland in der Lage ist, bis Ende dieses Jahres in einem solchen Widerstand gegen die ganze Welt im Grunde genommen zu bestehen. Aber steht denn das russische Volk weiter hinter Putin? Wie sieht das da aus mit der Zustimmung? Das russische Volk wird nie gefragt. Ob das russische Volk zustimmt oder sich was anderes denkt, das werden wir nicht erfahren können. Natürlich ist das eine absolute Blamage für eine Gesellschaft, die seit 25 Jahren von dem gleichen Kero sich regieren lässt. Aber es ist nun halt so, der Mann hat gezeigt, dass er keine Skrupel zeigt, Gewalt anzuwenden. Das ist ein gewaltbereiter Herrscher. Und in einer solchen Situation ist jede Kritik, jeder Protest eigentlich unmöglich. Unbewaffnete Menschen können gegen Panzer nichts einrichten. Deswegen sitzt russisches Volk zu Hause und schaut fern. Also ist Putin ja im Grunde genommen ein Diktator. Und Sie haben es schon gesagt, das Ganze ist aus Ihrer Sicht auch ein großes Unglück. Die EU, die kann ihn zumindest kritisieren auf seine Wahl und sagt, ja, das Ganze war gar keine Wahl. Aber was sollte oder was kann die EU sonst noch machen? Sanktionen gibt es schon seit mehr als zwei Jahren. Man unterstützt die Ukraine, wo es geht. Aber was könnte denn Europa oder die EU noch tun? Die EU soll genau schauen in diese Richtung, was da passiert. Und Russland klar machen, dass das so weiter nicht geht. Also wie heißt es, ein Machtwort sprechen. Ich weiß auch nicht, was wir machen können. Das ist eine dumme Situation. Ich glaube auch nicht, dass tatsächlich Europa da viel einrichten kann. Der einzige Stein, über den dieses Regime und Putin stolpern werden, wird das Regime selbst sein. Also er selbst, seiner, hoffen wir doch, letzte Legislaturperiode. Wir sind jetzt in einer Phase angekommen, die eigentlich am gefährlichsten ist. Alles sieht danach aus, dass diese sechs Jahre eindeutig Putins Letzter sein werden. Wie sie nun ausgehen. Wir müssen einfach schauen, dass wir mit einer ausgewogenen Politik diesen Fass nicht zu doll zum Kippen bringen. Also irgendwie wird dieses Regime sich selbst schon aufessen. Die fünfte Amtszeit von Wladimir Putin hat begonnen. Dazu Wladimir Kamina, deutsch-russischer Schriftsteller. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.